Hallo und Herzlich Willkommen zu Ego Shooter Real Life. Ja, das Spiel soll ne geile Grafik haben, also fangen wir mal an. Ach, wo bin ich hier? Ich muss eine Waffe finden. Das sieht doch brauchbar aus. Ja, wir haben unsere erste Waffe. Dann, das hier ist noch die Beta, also gibt es momentan noch keine Gegner. Dafür hat man schon alle Waffen. Man kann die Map schon ein bisschen erkunden. Ich muss sagen, die Grafik ist noch ziemlich gut. Oh, hier liegt auch noch eine neue Waffe. Aufsammeln. Ja, die Schussfunktion funktioniert noch nicht bei allen Waffen. Also so ziemlich gar kein. Die einzige Waffe, die schon richtig funktioniert, ist das Messer. Aha. Sogar mit Marken. Mit echten. Waffe wegstecken. Wie dukt man sich denn hier? Ach so. Ach. Ich muss einen Ausweg finden. Okay, das werden wir nochmal tun. Hier steckt noch eine Waffe. Wir haben noch eine Waffe erhalten. Wir haben noch eine Waffe erhalten.